Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Es geht wieder los. Neue Woche, neues Glück. Wir hatten schon eine turbulente Woche. Es ist eigentlich schon Ende der Woche. Wir kamen die ganze Woche nicht dazu zu filmen, aber dennoch kriegen wir heute noch ein bisschen was gefilmt und euch ein bisschen was gezeigt. Ich zeige euch auch noch die Nivelliermaße, die mir gekippt haben. Das Endergebnis davon ist nämlich schnucklig geworden. Aber all das, wie immer nach dem Intro. Bleibt dran. So, ihr Lieben. Neue Woche, neues Glück. Aber bevor wir starten, will ich euch doch gerade ein paar Clips einblenden von letzter Woche. Die habe ich letzte Woche in den Vlog nicht mit reingebracht, weil der Vlog sonst zu lang geworden ist. Dieser Vlog hier wird aber diesmal ein bisschen kürzer. Deswegen haue ich die jetzt noch da rein. Die sind von letzter Woche. Das ist, wo mir die Armatur beigeputzt haben, die die aufgeschlagen haben, vor der Badewanne noch Estrich gemacht haben. Die Clips füge ich euch jetzt hier ein und danach geht es mit der Woche weiter. So, jetzt zeige ich euch einmal. Bei nächster Woche wollte ich ja hier im Bad loslegen. Ich glaube, ich habe euch... Oh, hier ist gar kein Licht. Toll. Vielleicht sieht man trotzdem. Ich hol gleich eine Lampe hier hin. Genau hier das Loch. Einfach alles kaputtgeschlagen. Abdichtung kaputt. Die Dichtmanschetten weggerissen. Das ist ein Elend. Warum auch immer. Irgendwer mussten sie wahrscheinlich ändern. Das werden wir auf jeden Fall jetzt mal noch ausspachteln. Dann kann ich da nämlich nächste Woche, Montag, gerade noch mal neue Dichtband drauf und die Dichtmanschetten drauf machen. Dann ist das gut. Hier genauso den Schlitz. Den machen wir noch zu. Ich habe ein bisschen Estrich mitgebracht. Das machen wir jetzt auch noch. Weil, dann ist das alles für nächste Woche schön trocken. Und dann bin ich daran nicht mehr aufgehalten. Das heißt, ich habe da keine frischen Stellen mehr, wo ich wieder Wartezeit habe. Leute, ganz kurz. Hier, das ist unser Zeug. Womit wir jetzt das Loch zumachen. Das ist im Prinzip so ein Flexspachtel. Kannst du auch Bohnen mitspachteln. Wir holen das aber auch so als Schnellputz, zum Beispiel für größere Löcher zuzuschmeißen. Ist eigentlich zu schade dafür, weil es wirklich sehr teures Zeug ist. Aber es ist wunderbar, gerade für das Loch dazu zu schmeißen. Das Ganze ist Alex A950. Ist optimal. Wirklich, der zieht innerhalb von, ich glaube, 20 Minuten. Das ist ein super Zeug. Das heißt, ich ballere mir jetzt da rein. Mein wunderbarer neuen Kletter. So. Da machen wir auch gar nicht groß Geschiss. Wir holen das. Oh. So, und ich schmeiße das immer schön an, damit ihr da ein bisschen Haftung habt. Zack. Das muss ja haften. So, und die richtige Haftung bekommt ihr einfach nur, wenn ihr halt richtig schön da reinschmeißt. So. Und wenn ihr da ein bisschen Druck geschmissen habt, könnt ihr hingehen und das verteilen. Hier ist jetzt eh alles viel zu viel. Aber lieber ein bisschen dicker, damit wir gleich einmal abziehen können. So. Hier ein bisschen andrücken. Unnötig, dass die halt einfach aufgekloppt haben. Aber ich gehe mal davon aus, die werden einen Grund gehabt haben. Aber mich ärgert sowas immer, wenn man halt alles fertig hat. Weil ihr müsst euch überlegen, ich mache da jetzt nochmal ein Dichtspan drauf und nochmal Dichtmanschetten. Das heißt, da trägt der jetzt nochmal mehr auf und wir nachher dann Buckel wieder haben. Ich sage mal, mit dem Nivelliersystem geht das alles. Aber das ist halt unnötig. So, einmal Werkzeugwechsel. Ich gehe das schnell holen. So, am besten wäre jetzt natürlich eine Putzerlatte, eine Haarlatte oder eine Trapezlatte. Habe ich aber in den Tierförmautos in der Werkstatt, habe ich Ihnen erzählt. Also hole ich meinen Flieger, gehe da drüber und dann schön scharf abziehen. Wenn ihr das quasi so abzieht, dann kriegt ihr ja kleine Wellen rein. Deswegen immer schön hochkant scharf abziehen und dann habt ihr das eigentlich relativ plan abgezogen. Dasselbe auch hier zwischen. Einmal so. Einmal so. Den Rest kann man dann immer noch am Montag, besser wäre natürlich morgen, aber jetzt ist Wochenende. Das heißt, am Montag kann man das noch ein bisschen abschleifen. So. So. Jetzt einmal von der anderen Seite. Hier haben die mir mit Gips an der Stelle da drauf geballert, da könnte ich schon wieder. So. Dann einmal ein bisschen mit Gefühl. Lieber ein bisschen zu tief, dass das ein bisschen nach innen liegt, als das da rausguckt. So wie hier zum Beispiel. Guckt sich das an. Das sind so Momente. Da fragt man sich, woran hat gelegen. Oder? Noch mal ein bisschen Gips drin. Das ziehen wir jetzt ab und dann zeige ich euch gleich, wenn fertig ist, weil wir müssen noch ein bisschen Estrich machen, gleiches Feierabend. So Freunde, wir haben jetzt noch Estrich angerührt. Ich werde ja öfter gefragt, deswegen habe ich jetzt noch mal ein bisschen die Produkte gezeigt, die mir so verschaffen, weil ich öfter gefragt werde, ey, kannst du auch mal ein bisschen zeigen, was du überhaupt verarbeitest. Deswegen habe ich hier euch den Estrich mal gezeichnet. Ihr wisst ja, ich arbeite in Luxemburg. Den gibt es bei einem Händler in Luxemburg. Schab ist französisch, heißt Estrich. Ich weiß gar nicht, ob es den überhaupt in Deutschland gibt. Ist auf jeden Fall sehr gutes Zeug. Cantilana heißt die Firma. Ist ein sehr gutes Zeug, weil der sehr feinpore, also feinkörnig ist, feinkörnig ist, das heißt, man kann eben wunderbar kletten. Reibbrett habe ich ja beim Auto, das heißt, wir müssen das Ganze einfach mit dem Kletter ein bisschen kletten. Halb so wild. Randdämmstreifen habe ich einmal rundherum gestellt, der einmal an der Duschwanne vorbei und da an den Wänden. Jetzt kippe ich das immer einfach hier vorne hin. Ah, übrigens, den Rest-Adex, den ich jetzt noch hatte, den habe ich natürlich da reingeschmiert. Den haben wir jetzt hier weggeschmissen, den habe ich da reingeschmiert, weil das ist unnötig. Zeug weggeschmissen. Das heißt, wir gehen da rein, ich verteile das immer, bisschen dicker, ruhig auch ein bisschen anklopfen zum Verdichten. hoffen wir, die erste Ladung schon reicht, aber ich denke schon. So, ist das gut. Und dann holen wir uns die Wasserwaage, wir haben ja hier den vorhandenen Estrich, das heißt, wir gehen einfach über den vorhandenen Estrich und ziehen das Ganze ab. gut aus. Überschüssiges Material, wie immer, abstechen, das kennt ihr ja. Schmeißen wir dahin, wo wir noch Material brauchen. Jawohl, soviel zum Thema Randstreifen. Das hat gut geklappt. Hier fehlt ein bisschen, dann machen wir nochmal ein bisschen drauf. So, jetzt holen wir uns die Kletter, die kletten das Ganze einfach. So reicht das schon. Mehr brauchen wir nicht machen. Ja, geh weg. Dann haben wir einmal den Kellenschnitt, damit wir den Verbund wegliegen. So ist das gut. So haben wir dabei gepflegt. Restmaterial ist im Eimer. So, dann wechsle ich einmal die Seite. Auch hier wieder verdichten. Einsuch. Ah Leute, heute war eine, diese Woche war eine Woche, ich habe viele schlechte Nachrichten gekriegt, die mich nicht so erfreut haben, die mich ein bisschen traurig und sommer zugleich gemacht haben. Aber, jetzt nichts Schlimmes, gell. So. Komm mal. Schön mit den Händen rein, jawohl. Das war sehr gut, dass wir das jetzt noch alles gemacht haben, weil dann ist das nämlich die nächste Woche hart. Da braucht man da nicht mehr dran zu denken. Das ist gut, weil da können wir nämlich in einem Arbeitsfluss weiter schaffen, ohne hier wieder irgendwie Putz, Estrich oder sonstiges anrühren zu müssen. Ah, hier sind Kleber, Kleberbogen. Gute neue Kletterer. Ah, weißt du, das sind so kleine Schreiten, die mich ärgern. So. Einmal kletten. Bei kletten übrigens wichtig, dass ihr den leicht hier hochhebt. Also gibt dem so eine kleine, leichte Schräge, weil wenn ihr gerade haltet, garantiere ich euch, haut ihr euch da rein und zieht euch den Essdurch weg. Das heißt, immer leicht schräg halten und dann einfach abkletten. So, fertig. So, ihr habt die Clips jetzt gesehen, dabei jetzt von letzter Woche. Ich hoffe, ihr seid jetzt zu irritiert. Jetzt starten wir diese Woche weiter. Das Ganze machen wir jetzt und jo, viel Spaß dabei. So, ihr Lieben, was soll ich euch sagen? Wir haben die Ausgleichsmasse letzte Woche gegossen. Das Endergebnis ist sehr gut geworden. Das zeige ich euch auch gleich mit der Wasserwaage. Ich denke mal, jeder hat den Boden ja vorher gesehen, der hat Video gesehen hat und das ist schon wirklich aller Bonheur und das ist das Ergebnis. Was ich immer sage, nichts machen, einfach nur laufen lassen, so bekommt ihr das perfekteste Ergebnis. Mir hat zwar jemand geschrieben, irgendein Schreiner auf Instagram, ne, das stimmt nicht. Man muss das schon ein bisschen hin und her wackeln. Die Erfahrung habe ich nicht gemacht. Ich lasse es einfach nur laufen und habe bisher nie Probleme. Macht das bitte jeder so, wie ihr es für richtig haltet. Meine Devise lautet ganz klar, die Nivelliermasse macht alles alleine. Das ist meine Devise und ich fahre damit am besten. So, wir sind jetzt im Badezimmer dran, im letzten Badezimmer und dann haben wir die Bäder alle fertig. Hier ist auch schon viel passiert. Heute wird das Badezimmer zugelegt. Ich habe noch ein Video gedreht für die Tool Group. Das wird auch demnächst kommen. Deswegen war ich halt, dann war ich noch auf einer anderen Baustelle und solche Sachen. Wir haben noch eine Außendusche gefließt. Deswegen sind wir heute erst hier am Start. aber ich zeige euch jetzt ein bisschen, was wir schon gemacht haben und was heute noch ansteht. So, das ist das schöne Badezimmer. Diese Wand habe ich gefließt für Video zu drehen. Hier, das haben wir auch gefließt. Das hier ist gefließt. Ihr seht das alles. Und jetzt geht es an die letzten zwei Wände. Einmal hier die Türwand. Zack. Und einmal diese Wand. Hier muss ich auch ein Stück Abdichtung drüber machen. Jo, hier ist jetzt die erste Reihe. Ihr seht das, dazu will ich kurz sagen. In der ersten Reihe habe ich mir von da natürlich mit der Wasserbach einen Strich rüber gemacht. und legt diese Seite auch direkt mit. Alle zwei Reihen könnt ihr mal nochmal Wasserwaage drauflegen zum Korrigieren. Ach, zum Korrigieren, zum Nachgucken, ob ihr auch immer noch im Blei lauft, weil ihr kommt ja über der Tür nochmal zusammen. Und das muss nachher passen. Ich bin hingegangen, habe mir den Mittelpunkt von der Tür geholt. Bin von der Mitte aus mit einer ganzen. Dann haben wir hier rechts und links über der Tür nachher das selbe Stück optisch gesehen. Und wir haben hier halt keine ganze Platte. Das heißt, wir sind hier nachher noch variabel. Ich habe mir von diesem Strich habe ich mir hier einen Strich angezeichnet mit der Wasserwaage runter verlängert und da ist unser Ausgangspunkt. Das heißt, nachher, wenn wir hier oben ankommen, ist das genau eine ganze Fliese, noch eine ganze und dann können wir nach da schneiden. Das heißt, wir sind da ein bisschen variabel und laufen nicht gefahrt, dass nachher irgendwas nicht passt. Erste Reihe, ganz wichtig natürlich, die muss passen. Und wenn die passt, dann könnt ihr einfach nur nach oben schaffen. So, wir haben hier, ich zeige euch mal, wie ich immer die erste Reihe anlege. Ich hole mir Fliesenstücke. Normalerweise lege ich ja den Boden zuerst. In diesem Fall haben wir die Wände zuerst gemacht, Fliesenstücke, kleine Abfallstücke geholt, Kaltchen drunter und dann die Reihe ausgerichtet auf die Wasserwache. So, dann habe ich mir diese Wasserwache geholt, die lange, lege mir die einmal von da nach da drauf und gucke dann, da passt. die hier, ich habe jetzt nur eine Hand frei, das ist ein bisschen bitter, weil wenn man nach der Wasserwaage geht, stimmt das nicht. Die hier, die lügt etwas, ist mir eben mal aufgefallen, weil ich habe hier noch eine ganz neue Wasserwaage und mit der, die habe ich noch oben drauf gelegt, das ist akkurat frei. Das heißt, wenn ihr dann die erste Reihe aufgelegt habt oder angelegt habt, könnt ihr einfach schön nach oben schaffen. Vor allem, wenn ihr mit Nivelliersystem schafft. Ihr wisst, ich mache das eigentlich schon gerne bei 360ern, weil das ist ein Format, da braucht man das nicht. Das ist unnötig, aber das habe ich ja schon erklärt. Hier ist der Gips, der ist geklettet, der ist wellig und so haben wir einfach, wir machen uns halt nicht so kaputt. Das ist einfach ein schöneres Schaffen. Dann habt ihr, wenn die erste Reihe ausgerichtet ist, euer Nivelliersystem, eure Laschen haben ja eh die gleiche Maße und dann lauft ihr eigentlich immer gerade. Wer unsicher ist, kann immer noch eine Wasserwaage drauflegen, alle paar Reihen. Mache ich jetzt hier in diesem Fall auch, weil ich halt natürlich immer gucken muss, ob das hier auch noch auf einer Höhe ist. Weil wenn nicht, haben wir nachher hier über der Tür einen Fugenversatz und das wollen wir nicht. Das heißt, diese Wand ziehen wir jetzt hoch. Danach machen wir zwischendurch noch hier ein Dichtband drüber beziehungsweise ein Stück Dichtband machen die Wand noch fertig. Und dann war es das schon. Kann man nächste Woche fugen und dann hoffen wir, dass jetzt bald die restlichen Fliesen kommen, die fehlen, damit wir die Böden noch fertig machen können. Weil daran sind wir dann ein bisschen, hängt es dann ein bisschen. Naja, auf jeden Fall, starten wir. Dann starten wir. So, jetzt haben wir hier zwei Reihen gelegt, wieder drauf und jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um einfach mal nochmal die Wasserwacht draufzulegen und das Ganze zu kontrollieren. Zack. Das passt. Das ist genau im Blei. Das ist optimal. Hier könnte man gleich ein Stück hoch auch mal unter der Wasserwaage entlang gucken, um zu gucken, ob die Fliesen vielleicht in irgendeine Richtung wegkippen. Aber so sieht das gut aus. Akkurat, wunderbar. So kann man weiterfahren. Und das machen wir jetzt. Wasserwagen auf Seite und weiter geht's. Jetzt wird erstmal hier ein Loch reingeschnitten. Steckdose. Ich mache Steckdose mit einer 65er Bohrkrone und nicht mit einer 68er. Das wird die 68er jetzt zu groß. Ich will eine 65er. und dann passt das. Dafür gehe ich hin und hole mir einmal die Höhe. So. Einmal. Zweimal. Und dann habe ich ja hier meine Fliese. Da kann man im Prinzip ihr könntet auch hingehen. Ihr könntet euch die Striche verlängern. So. Hier haben wir unsere ganze. Halten uns hier an dem Strich. Dann habt ihr eure zwei Striche. Die kann man verlängern. Einmal. Zweimal. Selbe hier auch. Jawohl. Der Bleistift muss ein bisschen gespitzt werden. Einmal. Zweimal. Jetzt habt ihr hier euer Loch. So quasi. Das wird jetzt rausgeschnitten. So sieht das Loch aus. Wunderbar. Sehr schönes Loch. Das kommt jetzt so drauf. Die Lichtverhältnisse hier sind glaube ich katastrophal. Ja aber ihr seht das ich zeige das nachher natürlich noch von nahem. So wir ziehen jetzt weiter die Wände hoch und da gibt nachher natürlich noch eine Ansicht von nahem. Da zeige ich euch nochmal die Löcher. Wie das dann fertig aussieht. Wie das ist so So Leute, bevor wir jetzt den letzten Teil im Stelldurchlauf machen, will ich noch einmal kurz was sagen. Wir halten hier natürlich jetzt noch mal die Wasserwaage drauf, gucken rein, ist auch genau im Blei. Das passt, wunderbar, optimal. Jetzt gehen wir hin, Moment, schalte die Wasserwaage zu zeigen, jetzt gehen wir hin. Hier kommt jetzt der ganze hin und da kommt eine ganze hin. Das ganze legen wir jetzt. Das heißt, wir legen jetzt hier die Seite zu, direkt auch bis oben hin. Dann mache ich hier die ganze bis oben hin. Die wird natürlich hier noch ausgeklinkt. Und dann kann man in der Mitte die machen, weil durch die Clips kann man die in der Mitte dann schön anziehen, ohne dass die runterrutschen. Das seht ihr jetzt. Nur, dass wir darüber gesprochen haben oder ich euch erkläre, warum ich jetzt erst links und rechts die Seiten zu mache. Das heißt, das ganze wird jetzt hier angezeichnet, die Ecke wird rausgeklinkt, hier genauso. Dann legen wir hoch und zum Schluss in der Mitte die Platten mit Keitschen festziehen und dann rutscht doch nichts mehr an. Auf geht's! Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, die Wand ist fertig. Ihr habt es gesehen, im Chanel-Durchlauf. So sieht das Ganze jetzt fertig aus. Schönes Läscher. Zack, Loch Nummer 1, Loch Nummer 2. Hier seht ihr, ist ein bisschen die Ecke weggefahren. Das passiert manchmal, wenn das Loch nicht mitten in der Fliese ist, sondern über die Kante hinausgeht. Da kann es mal passieren, dass eine kleine Ecke hier weg springt. Halb ist jetzt schlimm, da kommt nachher Steckdosen-Einsatz, beziehungsweise in dem Fall ist es jetzt Raumthermostat, hier ein Lichtschalter. Also, das deckt auf jeden Fall alles ab. So, hier seht ihr, mittig rechts, links quasi. Also, diese Fliese ist genau mittig von der Tür. Gute ist halt, wie eben schon erwähnt, dass diese Clips halt auch dafür sorgen, dass die nicht runterrutschen. Weil sonst, sage ich euch ehrlich, die rutschen immer. Dann muss man sich hier immer irgendwie Brett anschlagen und so, das ist echt kacke. Das Nerve halt immer runterrutscht. Jo, das ist aber erledigt. Jetzt machen wir die letzte Wand. Ich habe vor der Mittagspause noch die erste Reihe gelegt. Hier sind wir von der Mitte ausgegangen, mittig Fuge, rechts, links, ich glaube ein 53er Stück. Jo, die ziehen wir jetzt hoch. Hier haben wir eben ein bisschen gemalt. Ich habe eine Frau gemalt. Schön, gell? Hier hat der Kollege eine Frau gemalt, eine Ente und weiß ich nicht. Man muss sich manchmal, muss man auch mal einen auf die Pablo Picasso machen. Wisst ihr ja. Ja, jetzt geht weiter mit der Wand. Ich habe hier noch ein bisschen Abdichtung drüber gemacht. Ich muss euch was sagen. Nervt mich schon. Mir wurden die Dichtmanschetten geklaut. Ich habe extra die Woche nochmal zwei Dichtmanschetten mitgebracht mit diesen Ringen. Hier ist der eine Ring. Wo ist der andere? Der liegt dahinter. Zack. Extra Dichtmanschetten. Ich komme heute Morgen hierhin. Ich war ja gestern auf der anderen Borsche. Liegen nur noch die zwei Ringe da. Hat irgendein Spinner sich die Dichtmanschetten mitgeholt. Hat die Ringe da liegen gesehen. Ist wahrscheinlich einer, der keine Ahnung hat. Wusste wahrscheinlich, der für was das ist. Auf jeden Fall fehlen mir jetzt die Dichtmanschetten für hier drüber zu machen. Ich kann es jetzt aber nicht mehr erinnern. Ich kann jetzt nicht die Wand deswegen fehlen lassen. Während den Dichtmanschetten. Ich habe hier jetzt schon die Dichtmansch drüber gemacht. Habe das ein bisschen eingeschnitten. Drüber gestülpt. Und dann ist das gut. Das wird schon okay sein. Das nützt nichts. Das heißt, ich werde jetzt nochmal die Wand hier weiterkleben. Ich werde aber die Kamera diesmal nicht mehr aufstellen. Weil ihr jetzt eben schon die ganze Wand gesehen habt. Wenn ich jetzt ein bisschen draufhalten muss. Danach wird hier aufgeräumt. Das heißt, der ganze Schutt kommt raus in den Container. Und ja, aufgeräumt. Weil dann ist Wochenende. Und gleich zeige ich euch noch dieses hier. So Freunde. Badezimmer ist endlich geschafft. Badezimmer ist fertig. Hier die Wand haben wir jetzt noch gemacht. Die haben wir ja heute Morgen gemacht. Und die ist jetzt auch fertig. Moment, streben wir die Kamera. Damit ich besser rangehen kann. Also, die Wand ist auch zu. Zack, hier alles fertig. Können wir nächste Woche schön fugen. So sieht das Ganze aus. Jawohl. Und jetzt wird aufgeräumt. Hier wird einmal alles rausgeräumt. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Der ganze Müll wird weggeräumt. Hier aufgeräumt. durchgekehrt. Wie gesagt, Freitags wird immer Palumparasa. Ne, wie heißt das? Palumparasa. Okay. Ach, scheiße. Wie heißt das denn? Tabularasa. Sagt man das so? Es wird auf jeden Fall aufgeräumt. Das machen wir jetzt. Ein bisschen Kultur wird gemacht. Und wenn alles sauber ist, dann zeige ich euch nochmal, wie es einmal sauber aussieht. Und dann ist es doch schon wieder vorbei. Aber wie gesagt, ich zeige euch gleich noch ein Ding. Einmal ein Zimmer, wenn es aufgeräumt ist. Das gehört ja auch mit dazu. Dann gehen wir uns natürlich das hier noch angucken mit der Wasserwaage. Freue ich mich drauf, euch das zu zeigen. Ist nämlich gut gelaufen. Ja, auf geht's. Ich kann nicht so weit�hen. Ich kann nicht so weit goochen. Ich kann nicht alle schauen. Ich kann nicht so weit So Leute, guckt euch das an, der Staub liegt noch in der Luft. Das ist doch schon ein anderes Bild als vorher, seid doch mal ehrlich. Alles ein bisschen aufgeräumt, beiseite, einmal durchgekehrt. Badezimmer hier in Zeug auf Seite gestellt, gleich noch die Kaltchen hier aufsammeln. Hier kann man auch einmal mit dem Handfeer vorbei. Und dann war es das schon. Dann ist die Woche schon wieder erledigt, die ist schon wieder rumgegangen wie nichts. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber ich habe das Gefühl, die Wochen, die fliegen, das ist einfach nur krank. Ich weiß nicht, ob es euch genauso geht, aber bei mir, ich habe echt das Gefühl, dass die Zeit, die letzten zwei Jahre, so gefühlt seit Corona, habe ich das Gefühl, geht die Zeit rum wie nichts. Das ist Wahnsinn. Ja, jetzt haben wir die Bäder fertig. Und jetzt können wir Fugen und Silikonspritzel am Montag, das passt. Dann ist alles erledigt, dann haben wir alle Bäder fertig. Das waren eins, zwei. Ich zähle jetzt die Gäste-WCs einfach mal mit. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Dreizehn Bäder, darunter natürlich auch Gäste-WCs, Decken hoch. Sind dann einmal komplett fertig. Jetzt sind schon eins, zwei, drei Wohnungen komplett fertig. Vier eigentlich fast. Ja, und jetzt kommt es nur auf die Fliesen an. Hier Boden ist ja auch kein Großsach. Ich meine, was werden das hier sein? 80 Quadratmeter, insgesamt 60. Das ist ja schnell drin. Ich schätze mal, in einer Woche kriegt man das hier alles gelegt. Dann noch zwei, drei Tage Fugen, Silikon, Sockel setzen. Ja, dann wäre das nächste, übernächste Woche auch erledigt. Wenn dann Fliesen da wären. Darauf kommt es halt jetzt an. Aber ansonsten, wie gesagt, wir haben noch Vorarbeiten. Wir haben ja hier, die ganze Treppe muss auch aufgespachtelt werden. Die muss auch aufgespachtelt werden. Hier runter, die Treppen, die passen ja absolut gar nicht von der Höhe. Das seht ihr ja hier. Das heißt, die müssen alle noch auf das selbe Niveau gebracht werden. Von dieser Fertighöhe natürlich oben angenommen. Weil diese letzte Stufe hier im Prinzip, oder dieser Austritt hier oben gehört ja auch, ist ja so gesehen auch eine Stufe. Das heißt, das muss man alles auf eine Höhe bringen. Jo, ist auch viel Spielerei. So, jetzt hole ich die Wasserwagel. Jetzt zeige ich euch dieses schöne, geile Geschöpf, was ich hier gebastelt habe, Leute. Das zeige ich euch jetzt. Willst du vielleicht noch näher kommen? So, komm jetzt. Ich zeige euch jetzt den Boden, Freunde. Du musst auf den Boden runter. Hier, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Genau hier war der Knick. Dreieinhalb Zentimeter. Guckt euch das an. Jetzt darfst du mir die Kamera geben, dann kannst du deinen Eimer sauber machen. Warte, ich muss mich richtig auf den Boden legen, damit ihr das seht. Guckt euch das an. Gut, die Wasserwage, die ist jetzt ein bisschen dreckig. Ja, ja, ein Millimeterchen, wo man sie runterdrücken kann. Ja, aber ich bitte euch, guckt mal. Wenn ich da drauf drücke, was da hinten passiert, will ich bis gar nichts. So, hier seht ihr, da seht ihr kleine Löschelchen. So, aber sonst ist das hier maximal das Beste draus rausgeholt. Kleine Lippen. Also, aber das ist wirklich, ich sage euch, ich bin zufrieden. Ich bin wirklich zufrieden. Kann man durchschieben. Hier. Also, ich bin wirklich maximal zufrieden. Weil, wenn ihr euch wirklich überlegt, wie das vorher alles ausgesehen hat, ist das hier schon ein Träumchen. Also, so kann man noch viel verfließen. Ich sage euch ehrlich, ein Istnet hundertprozentig, aber welcher Estrich ist schon hundertprozentig? Jetzt mal ernst gemeint. Also, ich finde das da ist schon wirklich sehr, sehr gut, wenn man einen Vergleich mit dem, wie es vorher ausgesehen hat. Ich gehe jetzt mal gerade hier hinten auf den Estrich, da lehnen wir einfach mal da, die Wasserwaage drauf. Um zu gucken, wie das aussieht. Also, das hier ist jetzt ein Estrich. Also, ihr seht, selbst ein neuer Estrich ist nicht gerade. Also, wirklich ganz, ganz selten, dass ein Estrich hundertprozentig ist. Also, ich habe noch keinen hundertprozentigen Estrich gesehen. Also, ich bin auf jeden Fall zufrieden. Hat wirklich gut geklappt. Und wie gesagt, ich habe das einfach nur laufen lassen. Ich habe euch ja gesagt, hat mir jemand geschrieben, hat, nee, für euch Fliesenleger, ja. Der war ein Schreiner. Der hat gesagt, ihr Fliesenleger macht das generell viel zu dünn. Ich habe das eigentlich mit der geringsten Wasseranzahl gemacht, die auf dem Sack steht. Das steht zwischen 6 bis 6,4 oder 6,3. Ich habe 6 Liter geholt und habe es einfach nur laufen gelassen. Nicht hin und her geschoben. Klar, das wird noch nachher entlüftet. Das habt ihr ja gesehen. Aber sonst braucht man da gar nichts machen. Und ich bin mit dem Ergebnis auf jeden Fall zufrieden. Wenn ich das hin und her geschubt hätte, dann seht ihr nicht mehr, wo ist das Zeug jetzt schon überall hingelaufen. Weil ihr schiebt das, ihr überdeckt quasi, herbeigeführt, überdeckt ihr dann die offenen Flächen. Und dann seht ihr das nachher nicht mehr genau. Aber wenn ihr das einfach nur laufen lasst, dann überdeckt ihr nichts, weil ihr das da hingeschoben habt. Und ihr seht ganz genau, aha, da muss noch was drauf, weil die Ecke ist noch frei. So in etwa. Jo, Leute, das war's. Jetzt gibt noch ein paar Abschlussworte. So, Leute. Wie gesagt, der Vlog ist vorbei. Ist diesmal nicht so spektakulär gewesen, weil mir halt auch nur, weil ich halt, wie gesagt, nur Badezimmer... Hey, was ist los? Das ist Wochenende, ich merke das. Weil ich halt nur im Badezimmer gefließt habe. Aber deswegen habe ich euch am Anfang die Clips noch von letzter Woche. Das ist eigentlich ganz cool, dass ihr die auch noch habt, dass das letzte Woche nicht mit reingekommen ist. Weil damit habe ich jetzt diesen Vlog ein bisschen gefüllt. Jo, nächste Woche wichtig. Nächste Woche gibt es keinen Wochenvlog, weil ich nächste Woche am Wochenende in München bin. Ich bin mit der Frau in München, mir ging Chris Braun gucken. The Crits motherfucking Brown. Wer auch immer den kennt von euch, denkt mal, Chris Braun kennt man. Ist jetzt nicht so meine Mucke, aber der Frau zuliebe. Ihr wisst ja, die Frau hat tatsächlich Karten gekriegt als Verkaufer. Die ist natürlich ultra-hyped, freut sich sehr. Und ich denke mal, es wird okay. Happy Wife, Happy Life kennt ihr ja. Deswegen kriege ich das nicht mehr hin, weil wenn ich von Montag bis Freitag filme, kriege ich das natürlich nicht hin, Freitags noch schnell den Vlog fertigzustellen, für den Samstag hochzuladen. Bei mir am Freitag halt schon fliegen. Aber ich habe noch Videos, die ich eh schon länger posten wollte, beziehungsweise immer so als Reserve habe für genauso Fälle. Und zwar Thema Badezimmersanierung. Ich habe ein Badezimmer saniert von A bis Z. Es sind zwei Teile, kommen zwei Teiler. Dann würde ich nämlich jetzt nächste Woche den ersten Teiler vom Posten, wirklich Schritt für Schritt, welche Schritte ich mache, um ein Badezimmer von Anfang bis Ende im Fliesenbereich. Also jetzt nicht noch mit Streichen und so, sondern nur auf meine Fliesenlegerarbeiten bezogen, wie ich da vorgegangen bin. Das werdet ihr nächste Woche sehen. In diesem Sinne, vielen Dank übrigens noch für eure ganzen Kommentare beim letzten Video, von wegen Videolänge, dass das okay ist und so, finde ich sehr gut. Da brauche ich mir nämlich jetzt so eine Mühe zu machen, das immer kürzer zu schneiden, weil kürzer schneiden ist eine Katastrophe, ist sehr schwer. So, jetzt ist Wochenende. Ich wünsche euch ein wundervolles Wochenende. Äh, nee, Sonntag für euch, so. Noch einen wundervollen Sonntag, bleibt tapfer. Wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn nicht auf YouTube in Form von einem Vlog, dann auf jeden Fall Instagram-Story. Und ansonsten gibt es trotzdem nächsten Sonntag wieder Punkt 12 Uhr ein Video. Macht's gut, meine Freunde.